Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wer auch immer das Spice kontrolliert, hat die Kontrolle. Oder etwa nicht? Die Frage stellen wir uns durchaus angesichts von Dune Prophecy, einem Spin-off zu den beiden extrem erfolgreichen Kinofilmen von Denis Villeneuve in Form einer Miniserie. Sechs Episoden an der Zahl, ab dem 17. November ist sie zu sehen, wir konnten sie aber schon bereits vorab in Augenschein nehmen. Und wir sind zum einen jemand, mit dem ich auch schon mal andere Science-Fiction-Stoffe besprochen habe. Und es ist eine Weile her. Ich bin gespannt, ob die Gemüter hier ebenso hochschlagen wie damals. Aber grüß dich, Johannes. Hallo, es ist wunderbar, wieder mit dir vor dem Mikro zu sitzen. Ja, und irgendwie suchen wir uns, ich meine, ja gut, Ecolight sei hiermit erwähnt, aber wir hatten ja auch noch Lipstick on the Glass. Sagen wir es so, etwas kruder Arthouse-Film. Und jetzt die Nummer hier. Irgendwie haben wir beide es mit Hexenzirkeln und Sekten, oder? Oh, oh ja, das stimmt, das stimmt. Sie sind omnipräsent. Genau, ja. Genau wie die Bene Gesserit, habe ich mir jetzt sagen lassen, wir jetzt ausgesprochen. Ja, auch omnipräsent im Universum von Dune sind. Und auch nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo Paul Atreides über Arrakis kreucht, sondern sehr, sehr viel eher. Ja, denn, ja, irgendwo, die Showrunnerin Alison Schepka hat gesagt, Dune Prophecy spielt 10.000 Jahre vor unserem Hier und Jetzt. Ähm, und, äh, oder, nee, nee, Quatsch, 10.000 Jahre, also 10.000 Jahre in der Zukunft von jetzt und aber wiederum 10.000 Jahre vor der Geburt von Paul Atreides. Also, äh, ja, ein ordentlicher Zeitsprung, äh, den man vielleicht gar nicht so merkt in der Serie, aber bevor wir da tiefer einsteigen und, äh, euch unseren, äh, ja, mehr oder weniger frischen Ersteindruck zu den ersten beiden Episoden liefern, mit Fokus natürlich auf den Piloten, weil wir hier möglichst, äh, spoilerfrei bleiben wollen. Johannes, hast du die Ehre, äh, uns zu sagen, worum geht's hier eigentlich? Das mache ich sehr gerne. Diese Serie, beziehungsweise erste Staffel, falls da noch mehr kommt, basiert auf dem Roman Sisterhood of Dune, beziehungsweise im Deutschen Der Thron des Wüstenplaneten, geschrieben von Brian Herbert, dem Sohn von Frank Herbert. Zusammen hat er das geschrieben mit Kevin J. Anderson und in der Serie, du hast es schon gesagt, sie spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von Dune. Die Zeitrechnung, ich war völlig verwirrt, also, es ist nicht unsere Zeitrechnung, sagen wir so. Mhm, mhm. Und in der Serie geht es vor allem um die beiden Schwestern Velaya und Tula Harkonnen. Harkonnen kennen wir schon, ne, den bösen Baron. Und, äh, die beiden sind, beziehungsweise Velaya ist die Anführerin, äh, der Bene Gesserit und, äh, Tula ist ihre, ja weiß ich gar nicht, was sie genau da für Position einnimmt. Genau, sie ist ihre Schwester, aber in dem Konstrukt hat sie auch eine führende Position. Und, ähm, die beiden, ähm, genau, sie haben das Ziel, die Bene Gesserit zu erhalten und dementsprechend fangen sie an, einen großen Plan zu schmieden. Und das wird ja in Dune, in den Filmen auch schon dann gezeigt, dass es darum geht, dass die Bene Gesserit den idealen Führer, die ideale Führerin, äh, heranzüchten wollen. Und das hier wird so ein bisschen, würde ich sagen, fängt vielleicht an damit. Und daraus ergibt sich dann ein Mysterium, weil natürlich kann ein, äh, eine, eine Produktion, die Dune heißt, nicht mit Dune in Verbindung stehen. Weil dann plötzlich etwas auf Arrakis passiert und dadurch werden dann unterschiedliche Bausteine ins Rollen gebracht. Ja, das hast du wirklich gut kompakt zusammengefasst. Äh, und da merkt man auch schon, dass man, äh, ein wenig Kontext braucht, äh, den die Serie zwar auch liefert, also die versucht auch durchaus Neuansteiger abzuholen, würde ich sagen. Äh, aber es ist schon ein Vorteil, wenn man die Filme von Denis Villeneuve gesehen hat. Und deshalb können wir uns vielleicht auch mal kurz dazu äußern, ich war ja zumindest in einem Podcast zugegen, zu, äh, Teil 2 dieses Jahr im Kino, darf man sehr gerne reinhören. Aber erstmal, Johannes, wie stehst du denn eigentlich generell zu Dune und insbesondere zu den Villeneuve-Filmen? Ich hab von Dune nichts gelesen. Ich hab irgendwann mal, äh, natürlich die, ja, sagen wir, interessante Lynch-Verfilmung gesehen, die ja, würde ich sagen, trotz vieler Probleme durchaus Scham hat. Und, ähm, ich bin ein großer Fan von den beiden Filmen von Denis Villeneuve. Ich hab den, also ich hab gestern die zwei Folgen hier von Dune Prophecy gesehen und vorher, also vorgestern mir auch nochmal den ersten Teil angeguckt. Und das ist halt einfach visuell einfach ein Brett, ne? Das muss man schon sagen, ist schon irgendwie beeindruckend, wie konsequent, äh, Villeneuve da seine, seine Bildsprache durchzieht. Und auch der Score von Hans Zimmer, das ist halt einfach, das ist einfach schon fantastisch. Also, ich hab schon überlegt, also wenn dann in ein paar Jahren der Dritte kommt und dann eventuell der Erste nochmal in den Kinos laufen wird, ich werde auf jeden Fall reingehen und mich nochmal überwältigen lassen von dieser Bildgewalt. Da gibt's ein Tribble-Feature, unter Garantie. Voll. Wie geht's dir denn da bei Dune? Ich, äh, ja, gelesen hab ich's nie wirklich. Ich hatte es irgendwann immer mal wieder vor über die Jahre, hab's dann aber doch immer sein lassen, weil ich zu lesefaul bin. Ähm, und, äh, ja, den Lynch-Film hatte ich mir dann tatsächlich angesehen, als der Kinobesuch von dem, äh, Denis Villeneuve-Film nicht hingehauen hatte. Also, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaub, ich kam dann mit der Bahn nicht mehr dahin, wo ich hinwollte. Und da hab ich mir den stattdessen, also den, den alten Lynch-Film auf, äh, Netflix angesehen. Böser, böser Fehler. Ähm, weil den find ich absolut furchtbar, auch wenn er, ja, er hat, so designtechnisch hat er seine Qualitäten, das will ich gar nicht sagen. Und man spürt auch die Einflüsse auf, äh, Villeneuve tatsächlich. Ähm, dem, äh, seine Filme mag ich durchaus. Den ersten allerdings lieber, mit dem zweiten hab ich so ein, so ein bisschen Probleme. Ich find den aber trotzdem immer noch ziemlich gut und bin auch sehr, sehr gespannt, äh, wie er das Ganze abschließen wird. Und, äh, gespannt war ich aber, äh, auch schon, als, äh, das hier angekündigt wurde. Also, äh, der erste Dune, äh, sollte ja bekanntermaßen, äh, in der berühmten C-Zeit sehr, sehr viel eher rauskommen. Äh, hatte sich dann um, ja, ich glaub, ein Jahr verschoben. Und da hieß es schon, dass Villeneuve, äh, äh, noch irgendwie eine Spin-off-Serie nachschieben wollte, weil sie anscheinend noch irgendwie genug Kulissen und Kostüme übrig hatten. Und die bekommen wir jetzt hier, äh, kurioserweise ohne Beteiligung von Denis Villeneuve. Also, er taucht nicht einmal als Executive Producer auf, sondern nur seinen Co-Autor, äh, John Spath, mit dem er ja beide, äh, Filme geschrieben hat, ne? Das hatte mich schon ein bisschen gewundert. Ist dir das aufgefallen? Also, man könnte so ein bisschen, äh, zynisch sagen, ich find, man merkt das an der Serie. Okay. Ja, ja, so erzählerisch, ne? Ja, ich find, also, ich find, man merkt schon, klar, das soll im gleichen Universum spielen, das, äh, bedient sich ästhetisch und auch, äh, erzählerisch schon sehr an den Filmen. Aber ich find, man merkt, das ist nicht, in allen Punkten, find ich nicht dieses, das ist auch vielleicht fies, aber nicht dieses Niveau der Filme erreicht, um das schon mal ganz am Anfang hier zu sagen. Ja, ähm, wobei, bei der visuellen Gestaltung geben sie sich schon Mühe. Also, hier sind Shots drin, äh, weiß ich nicht, halt ganz ikonografisch, äh, schon im ersten Dune, die, die, äh, Form dieser Schiffe, wo dann irgendwie die kleineren Schiffe auf den Planeten kommen, ne? Ähm, das wird hier eigentlich fast schon, ja gut, plagiiert kann man's nicht nennen, aber, also, da, da, äh, ich weiß nicht, weil du jetzt beides so back to back gesehen hast, also, du hast das Gefühl, dass, also, sie, sie flirten schon mit der Ästhetik, äh, äh, der, der Filme, das würd ich schon sagen, und es ist schon hochwertig gemacht, aber es fehlt natürlich so ein, ja, bei der Regie fehlt dann so der, der, äh, visuelle Formwille, würd ich eher sagen. Ja, also, sie zitieren auf jeden Fall ganz viel, auch bei dir, ne? Gerade so Szenen, wenn halt Raumschiffe im Weltall zu sehen sind, dann ist das, ist es vielleicht noch am ehesten das, aber ich find, man merkt schon, also auch, also, auch, es gibt schon diese Kameraeinstellungen, wo irgendwas sehr zentriert ist, und dann sieht man halt ein Gebäude, und dann gibt's so eine langsame Kamerafahrt, aber ich find, dass es wirklich immer so sehr, ja, sie versuchen ist, aber grad, wenn, wenn Dialoge gefilmt werden, dann merkt man halt, ja, gut, das ist halt irgendwie eine Serie, und du hast immer Schnitt, Gegenschnitt, und dann war's das auch. Ich find, es gibt ganz viele Szenen, wo man merkt, so, okay, da fehlt dann irgendwie, es fehlt diese Konsequenz und diese Radikalität, die Villeneuve dann halt in dem Film, auch auf der komprimierten Laufzeit halt geschafft hat, jede, also, da hab ich immer das Gefühl, jeder Shot hat einen Impact. Also, ich find's zum Beispiel ganz großartig, wenn im ersten Dune, das erste Mal die Bene Gesserit da auf den Planeten kommen, und auch Lady Jessica völlig schockiert ist, und der Score brummt, und du merkst, oh Gott, hier passiert irgendwas von, also, hier passiert wirklich was, du verstehst, warum diese Frau Angst hat. Und hier sehen wir ganz viele von den Hexen, und ich denke, ach ja, ich seh dann auch mal die Anführerin der Bene Gesserit in einem Nachthemd, und denk so, hm, das ist vielleicht ein bisschen desillusionierend. Ja, ähm, kann ich, kann ich, also insbesondere so in Dialogszenen oder auch in den vielen, 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 vielen Innenaufnahmen. Ja, das sind tolle Sets, aber wie es gefilmt ist, da wirst du schon auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was mich schon ein bisschen gewundert hat, weil, ähm, was mir so, ähm, nicht in den Credits, sondern eher in der IMDb im Vorfeld auffiel, äh, das Ganze ist hinter der Kamera förmlich ein kleines Gipfeltreffen von allen möglichen Leuten, die zuvor an der HBO-Serie Westworld gearbeitet haben. Also, ob es, äh, am Drehbuch ist, an der Produktion, an der Regie, also, ich glaube, äh, die, auf jeden Fall die, äh, werte Dame, äh, äh, die, die hier jetzt den Piloten inszeniert hat, Anna Förster, ja, der Name klingt nicht umsonst deutsch, die kommt tatsächlich hier aus Deutschland, äh, die hat eine relativ actionreiche Folge, äh, zur dritten Staffel Westworld, äh, beigesteuert. Ähm, und auch die, äh, Showrunnerin Alison Schepka, die ich erwähnt hatte, die war in der vierten Staffel, äh, der, äh, der Serie von Jonathan Nolan beteiligt. Und, äh, die hat ja auch, ich weiß nicht, hast du die gesehen? Ich hab mal in die erste Staffel hineingeguckt und hab dann irgendwie nicht weitergeschaut. Und das war dann dieses Phänomen, das ich irgendwann bei Lost hatte. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Und dann nochmal neu anzufangen, hab ich irgendwie noch nicht die Muße gefunden, auch wenn das bestimmt, also, das war schon sehr gut, was ich gesehen hatte. Ja, die ist auf jeden Fall, also vom Produktionsniveau ist die schon, das ist praktisch ein gestückelter Kinofilm, ne? Ähm, und, äh, äh, das hat sich dann ja auch in anderen Staffeln, ja gut, da diskutabel, aber ich mag die Serie ja durchaus. Wir haben ja auch Recaps dazu gemacht damals. Äh, war eine schöne Zeit, äh, aber, ähm, ja, da, da fällt man, also zumindest hier bei der Serie fällt man dann doch so da auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man da, ja, ein bisschen, bisschen Virtuosität erwartet. Also, die Kamera ist zwar nicht verkehrt und die fängt auch immer wieder tolle Totalen ein, aber, äh, ja, so, so, sag ich mal so, über Establishing, äh, Opulenz reicht das selten hinaus, was da so an, äh, ja, bildsprachlicher Kreativität ist. Die ist vielleicht aber auch gar nicht gewollt, weil es, äh, ist schon alles sehr, sehr, ja, plotzentriert und, äh, auch mit sehr, sehr vielen Figuren. Und, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, auch, weil du ja dann jetzt den direkten Vergleich ziehen konntest zu dem ersten Villeneuve-Film. Der hat ja einen wirklich sehr strammen Auftakt. Also, äh, innerhalb von drei Minuten, äh, lernst du wirklich sehr, sehr viel über Arrakis und diese Welt und den Grundkonflikt und das wirklich so in drei Minuten. Also, äh, als der erste Dune rauskam, hatte ich da auch viele Vergleiche gehört zum ersten Herr der Ringe. Beispielsweise. Und wenn du das jetzt hier mit vergleichst, äh, ist das hier schon, also, ich war ja am Anfang schon echt ein bisschen erschlagen, weil das ist hier, insbesondere die erste Viertelstunde, ist ein Exposition-Dump-Deluxe für mich gewesen. Wie ging's dir da? Ja, total. Also, man merkt halt sehr, es werden ganz viele Figuren, äh, aufgebaut, wo man, stand jetzt, immer noch nicht wirklich weiß bei einigen, warum sind die überhaupt aufgebaut. Also, bei anderen merkt man, okay, sie werden relevanter, auch dann eventuell in der zweiten Folge. Bei anderen denke ich so, aha, okay, warum ist, also, gut, wird dann irgendwann mal relevant sein. Aber es ist halt wirklich, es wird sehr viel, ähm, ja, erklärt. Es wird auch, und da muss man sagen, finde ich, auch nicht gut erklärt. Also, das ist schon sehr, sehr, ne, Exposition-Dump ist da leider das richtige Wort. Und es gibt schon irgendwie interessante Sachen, aber ich muss zum Beispiel sagen, es wird ja am Anfang direkt gezeigt, also, ich muss direkt an Terminator denken, weil es wird ja dieser Krieg, ähm, mit den, äh, mit den Maschinen gezeigt. Und ich muss sagen, uh, das hat irgendwie nicht gut getan. Ich finde nicht, dass es gut ausgesehen hat. Das sah sehr CGI-mäßig aus, kann ich auch nachvollziehen, kann man irgendwie vielleicht nicht anders lösen, aber hätten sie es vielleicht einfach lassen sollen. Weil, weiß ich nicht, also, ich verstehe das schon, du hast auch gesagt, ne, man will neue Leute, ähm, damit heranführen und halt nochmal erklären, warum gibt es hier keine Maschinen, warum ist das alles so in dem Sinne, äh, rückständig in dem Punkt. Dogmatisch wirklich schon, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist ja auch, also, ist zumindest in den ersten zwei Folgen auch schon Thema und wird dann wahrscheinlich noch mehr Thema sein, aber, ah, ich weiß nicht. Das hat, das war zu viel. Also, ich finde, da hätte man eher so ein bisschen Tempo drosseln können, mehr auf Mystik setzen sollen und dann so die Welt im Laufe der Folgen erklären können. Es ist ja auch irgendwie spannender, erst mal zu sagen, okay, wo bin ich hier, wie kann ich mich verordnen und dann nach und nach zu lernen, anstatt wirklich alles vorgesetzt zu bekommen. Also, wirklich die einfachsten Sachen, wo du denkst, okay, ja, also irgendwie, ich check das schon, dass das dann auch im Erwachsenen, die beiden, dass sie Schwestern sind, aber es wird hier wirklich gefühlt, das Simpelste wird nochmal sehr klar ausbuchstabiert. Ja, und das ist, ich meine, gut, es zieht sich ja, Exposition zieht sich ja, was dieses Werk und seine Umsetzung angeht, irgendwie wie so ein roter Faden durch, ne? Also, ob du jetzt, äh, den, äh, den alten Lynch-Film hast, wo, äh, Virginia Madsen da irgendwie steht und dir den Plot erklärt und ansonsten auch nichts anderes zu tun hat. Ähm, oder auch, ne, also, bei Villeneuve, also klar, er löst das eleganter, aber da ist auch schon viel Exposition. Ich glaub, das lässt sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder bis zu einem gewissen Punkt lässt sich das bei diesem Stoff vielleicht gar nicht vermeiden, weil er einfach so komplex ist in seinen Verästelungen zusammenhängen. Ähm, und, äh, ich hatte, ich hatte hier, äh, also, ums, ums, äh, mal salopp zu formulieren, ich hatte ja schon gesagt, der erste Dune wurde zu, äh, mit dem ersten Herr der Ringe verglichen, was das angeht, ne? Also, von wegen, innerhalb von wenigen Minuten hast du alles so parat, ne? Also, da ist ja wirklich, Fellowship of the Ring ist ja wirklich das Paradebeispiel, wie man sowas richtig macht. Das sind ja wirklich, das sind drei Drehbuchseiten, fertig. Ähm, und hier, ja, ist das so die, mhm, durchwachsen erzählte Breitarsch-Variante von sowas, weil, äh, du musst hier wirklich einen mehr oder weniger viertelstündigen Prolog dieser, äh, etwa einstündigen Folge hinter dich bringen, der auch wirklich nicht so gut erzählt ist. Also, du bekommst nicht wirklich einen Draht zu diesen Figuren, die werden dir irgendwie sehr vor den Latz geknallt, dann sind manche schon wieder weg, bevor du überhaupt deren Namen, äh, parat hast. Und vor allem sind es auch von Anfang an gut bedingt durch diesen, diesen, äh, Schwesternorden. Es sind schon wirklich sehr viele Figuren, wo ich teilweise wirklich auch Probleme hatte, die auseinanderzuhalten. Ja, und man muss ja auch sagen, also, ne, die Villeneuve-Filme, da funktionieren die Figuren ja wegen der großen Darsteller. Das waren ja auch schon keine, das sind ja keine gut ausgefeilten Charaktere, aber du guckst Oscar Isaac an und denkst, ja, der hat diese Ausstrahlung. Du, du kannst es sofort kaufen. Oder halt Rebecca Ferguson, die da auch im zweiten Teil diese Wandlung zu dieser Irren unglaublich gut herüberbringt. Und das fehlt hier. Also, es fehlen, finde ich, so diese großen Rollen. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon gerade, ne, Mark Strong, das ist schon irgendwie auch ein Typ, der ja häufig in so Nebenrollen da ist und trotzdem irgendwie noch so was Markantes hat. Also, ich glaube, keine Ahnung. Zum Beispiel bei Kingsman, da hatte er jetzt auch nicht die größte Rolle, aber er war so einer der coolsten im Saal, würde ich sagen. Und hier, als Imperator, weiß ich nicht. Ja, irgendwie, er hat nicht viel zu tun. Und, also, ich meine, gut, er wird wahrscheinlich auch noch eine zentrale Rolle einnehmen, aber irgendwie wirkt er auch so ein bisschen, keine Ahnung, als wäre er auch nicht so wirklich Herr der Lage und würde das auch nicht so richtig, wirklich auf die Reihe bekommen, wenn er müsste. Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob der bewusst so ein Lappen sein soll, weil, ne, muss man ja auch sagen, Christopher Walken wird ja auch im zweiten Dune auch eher als so ein schwacher Imperator gezeigt. Vielleicht soll das so auch sein, aber noch funktioniert das für mich irgendwie nicht so gut. Und ich muss auch sagen, Emily Watson, die ja die Valaya spielt, die Haupt-, also die Protagonistin, ich kannte die bis jetzt immer so eher so aus lieben, netten Rollen. Und ich fand das schon irgendwie spannend, so ein bisschen sie gegen besetzt, und sie ist schon eine krass berechnende Hexe, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, aber das habe ich ihr leider nicht abgekauft, gerade weil Olivia Williams, die ja ihre Schwester spielt, wenn die dann beiden erwachsen sind, die fand ich so viel besser, weil die, finde ich, hat wirklich so eine bedrohliche Kühle. Ja. Und die fand ich, gerade im Duo fand ich das richtig schade, weil Emily Watson da irgendwie, die hat nicht diese, also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn sie, also ich möchte ja bei so einer, ne, Charlotte Rambling, die war gefühlt fünf Sekunden im Film, aber die war im Raum, und ich dachte, ach du Schreck, ich habe richtig Panik vor dieser Frau. Und dann sehe ich Emily Watson und denke, ja, die ist auch da. Ja. Ja, Emily Watson ist auch, glaube ich, noch so ein Überbleibsel von dem ursprünglichen Projekt, weil ganz am Anfang, und da war eigentlich mein Interesse geweckt, die ganze Serie sollte nämlich ursprünglich Johann Renk inszenieren. Und den meisten sagt er vielleicht nichts, ist ja ein ehemaliger Musiker, der hat aber die komplette Serie Tschernobyl gedreht. Und da war ja auch schon Emily Watson mit an Bord. Und das dürfte, also ihre Beteiligung dürfte ein Überbleibsel aus der Phase sein. Um aber auch zum Schauspiel was Positives zu sagen, also Olivia Williams gefällt mir auch besser. Irgendwie, also die passt auch, es ist nicht so, dass Emily Watson nicht in so eine Rolle passt, aber Olivia Williams ist da irgendwie, vielleicht ist sie unverbrauchter, was sowas angeht. Aber wen ich tatsächlich interessant finde, ist eigentlich auch mit der bekanntesten Name, der noch gar nicht so zum Zug kommt, nämlich Travis Fimmel. Ähm, der spielt ja so ein, ja, was ist er eigentlich? Irgendwie taucht er out of the blue auf und das heißt nur, ja, er hat irgendwie einen Angriff eines Shai-Huluts, also eines Sandwurms, auf Arrakis überlebt und hat jetzt irgendwie übersinnliche Fähigkeiten. Den fand ich interessant tatsächlich und von dem war aber leider bisher zu wenig zu sehen, hatte ich das Gefühl. Ja, ich finde, der macht halt Spaß, weil der gibt halt dem Affe so richtig Zucker, ne? Also der ist halt so eine unberechenbare Figur, und man weiß noch überhaupt nicht, was mit dem los ist. Dann passieren um ihn herum Geschehnisse, die unerklärlich sind und er spielt das so richtig aus. Also man weiß wirklich überhaupt noch nicht, wie man den einordnet. Und dann gibt es in Anführungszeichen leider auch eine Szene, wo halt er und Emily Watson, also die beiden Figuren, aufeinandertreffen und er sie halt auch richtig an die Wand spielt. Das war schon cool für die Rolle, aber dann, ja, also, ja, der hat halt irgendwie Spaß dabei, während die anderen schon eher so ein bisschen zurückgenommen spielen. Ich finde gerade auch die ganzen jüngeren SchauspielerInnen, das sind ja relativ viele, gerade irgendwie bei den Schwestern oder auch bei den ganzen, ne, es taucht natürlich auch ein Atreides auf und etc. Wo ich auch sagen muss, also, der hatte überhaupt keine Ausstrahlung. Der ist der Waffenmeister, der Tochter des Imperators und also, ich habe ja nur ein paar Folgen von House of the Dragon geguckt, aber da wurde sich ja über, wie war das Fabian Frankel lustig gemacht, dass er irgendwie, dass er irgendwie keine Ausstrahlung hat. Sehr, sehr kaufsannart. Ja, genau. Und ich muss sagen, also in den Folgen von House of the Dragon fand ich, dass der mehr Profil hat hier als unser guter Atreides-Junge. Okay. Ja gut, das ist eine harte Ansage, weil ich bin, ich bin nicht der größte Freund, Freund von Fabian Frankel. Meine Güte, was ein Satz. Aber in House of the Dragon, also im Staffelfinal der zweiten Staffel, was du ja, glaube ich, gar nicht gesehen hast, war eine Szene, die fand ich gar nicht so schlecht, aber da redet er halt einfach nur darüber, dass er irgendwie suizidgefährdet ist oder so. Und das, das hat er gut drüber gemacht, so was stumpfes, nihilistisches. Das konnte er, aber ansonsten hab ich mit seiner Darstellung Probleme. Aber also ich, ich versteh durchaus den Vibe. Das ist so irgendwie, ja, derjenige ist einfach nur da und verbraucht Luft so ein bisschen, ne, so, so, fast eine Art Dekorativrolle, könnte man sagen. Ja, das muss man ja, finde ich, auch sagen, also, ne, ich find auch, ich find, man kann in einigen Punkten schon parallel noch zu Game of Thrones drehen, weil hier wird natürlich auch die ganze Zeit von Häusern geredet und wir haben hier natürlich ein bisschen Gewalt, wir haben hier Intrigen und wir haben hier natürlich auch Sex und da muss man sagen, einige Darstellende, hab ich bis jetzt das Gefühl, sind auch ehrlich gesagt eher für ihre optischen Vorzüge gecastet worden als für ihre schauspielerischen Qualitäten. da hat mir, vielleicht noch am besten, hat mir die, ähm, junge Schauspielerin, der war da ja im, im Vorspann, also im, im Prolog quasi gefallen, das ist Jessica Baden, die kennt man aus, äh, The End of the Fucking World und die hatte irgendwie noch ne Ausstrahlung, aber die anderen, die sind alle echt so da, also die stehen im Raum rum und du denkst, wenn die Kamera rumfährt, ach, stimmt, du stehst hier auch noch rum und es ist nicht dieses, oh, ich weiß, dass du da bist. Oh, stimmt, die, die junge, äh, Oscar von Emily Watson, die haben sie echt gut gecastet, die sieht ihr auch wirklich, also die, die, die hat auch optisch ne gewisse Ähnlichkeit, die, die, äh, da hätte ich, da hätte ich gern mehr von gesehen, aber das wird halt alles nur in so einem, ja, in diesem, diesem breitärschigen, äh, Prolog-Flashback, sag ich jetzt einfach mal, äh, abgehandelt. Äh, ja, und ansonsten, also es ist, es ist schon irgendwie alles auf einem soliden Niveau, aber gerade auch in, äh, dieser Sexszene, da dachte ich mir echt so, oh, Sexposition is back, baby. Also, das war wirklich, äh, also wirklich mehr Game of Thrones ging einfach nicht. Und, ähm, die Parallelen sind ja auch nicht von ungefähr, also ich weiß noch, als ich, ähm, in dem ersten Dune im Kino saß, hatte ich wirklich so das Gefühl, also der hatte mir gefallen, aber zwischendurch dachte ich mir echt so, ah ja, okay, da George R. Martin das her und das, und das ist eigentlich auch hier Star Wars und so, ne? Also, ne, da hast du wirklich mal gemerkt, wo so, da so die, die ultimative Inspirationsquelle war für Stoffe dieser Art. Äh, und George R. Martin verhandelt das ja auch offen, also, du kannst ja auch wirklich die, die ganzen Häuser, weiß ich nicht, Harkonnen sind die Lannisters, äh, Haus Atreides, die Starks und so weiter, ne? Und dann hier auch Leto Atreides hat sehr, sehr starke Parallelen auch zu Ned Stark, äh, und das kommt hier full circle, also, äh, dahingehend ist, äh, Dune Prophecy, ja, wirklich, also es hat, es hat auch schon wirklich starke, äh, Parallelen zu House of the Dragon, äh, oder eben zu Game of Thrones, wenn Game of Thrones so ein bisschen mehr Fokus, also, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon im Kino bei den Bene Gesserit das Gefühl, dass die wirklich so das Pandan zu den roten Priesterinnen in Game of Thrones sind. Ja, voll. Ich fand halt, also, ich bin der Erste, der sagt, Blockbuster Kino braucht mehr Sex und da können Filme auf jeden Fall öffener, offener sein und es ist natürlich irgendwie auch immer schön, schöne Menschen zu sehen, aber diese Szenen haben, finde ich, in dieser Serie überhaupt keinen Mehrwert. Also, die beiden Dune-Filme von Villeneuve waren ja auch völlig entsexualisiert und ich finde das völlig okay, weil das ist so eine, das ist ja wirklich so eine triefende Ernsthaftigkeit, das ist ja wirklich alles brachial ernst und es geht hier um das Schicksal und dann irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Gag und dann hast du irgendwie noch eine Sexszene, ich fand das völlig deplatziert, das hat hier für mich überhaupt nicht rein, reingepasst in dieses harte Intrigenspiel und dann, also natürlich kannst du auch Intrigen machen, indem du halt irgendwie Leute flachlegst, was wahrscheinlich auch noch relevant wird oder schon relevant wurde, aber nee, weiß ich nicht. Ja gut, ich meine, da könntest du jetzt ins Feld führen, das ist ja irgendwie auch Teil der Benne-Jesserit-Story, also das war ja auch schon im zweiten Villeneuve-Film, spielte das ja auch schon eine Rolle hier mit dem Auftritt von Lea Seydoux, Spoiler für den Film. Vielleicht hat man die generelle Spoiler-Warn für die beiden Kinofilme bringen sollen, egal, besser spät als nie. Also für mich, totaler Fremdkörper war also auch schon vor der Sexszene, irgendwie so ein Abstecher in so einen Nachtclub oder was das sein sollte. War das in der zweiten oder ersten Folge? Ich weiß nicht genau, aber da dachte ich mir echt so, da hat man, also theoretisch hat man hier so was ähnliches versucht wie bei Endor, nur irgendwie nicht so toll. Es war total seltsam von der Stimmung her und die Musik fand ich da auch ganz, ganz merkwürdig. Also man hat hier natürlich keinen Hans Zimmer, aber immerhin Volker Bartelmann oder Bertelmann heißt der ja, ist ja ein deutscher Komponist tatsächlich, wie man am Namen unsperr hört. Der hat ja zuletzt auch den Oscar gewonnen für im Westen nichts Neues. Aber er greift hier weder irgendwas von Hans Zimmer auf, was vielleicht auch noch okay ist, weil, ja gut, du hattest ja gesagt, die Ankunft der Bene Gesserit, die hatte bei Hans Zimmer wirklich eine Wucht irgendwie auch, auch auf der Tonspur. Das hätte er vielleicht auch aufgreifen können. Bisher ist mir da nicht so wirklich was aufgefallen, was das angeht. Also jetzt auch nicht, ja gut, in dieser Club-Szene negativ, aber sonst ist das, also insgesamt ist sie schon auf einem soliden Niveau, was ich mir nur für eine Frage stelle. Ich meine, du merkst es ja, die Serie und auch The Penguin, die sind jetzt wirklich so der, also da zieht eine neue Strategie seitens Warner am Horizont auf, dass man jetzt die Blockbuster irgendwie noch mit Serien connecten will stärker. Und während das bei The Penguin ja ein Sequel ist zum Film, beziehungsweise nach den Ereignissen des Films spielt, ist das ja hier wirklich, wirklich, also wirklich 10.000 Jahre vor der Handlung des ersten Dune oder zumindest vor der Geburt von Paul Atreides, das ist natürlich schon sehr, sehr weit ab vom Schuss. Also auch noch weiter als jetzt irgendwie House of the Dragon zu Game of Thrones. Da ist so die Frage, was ist so wirklich der Mehrwert? Also ich war zwar schon interessiert, weil ich die Bene Gesserit an sich schon interessant finde, aber so im Hinblick jetzt auch auf das, was noch kommen wird oder kommen könnte von Dune, ist so die Frage, was wird das so dem Gesamtgefüge hinzufügen, so insgesamt betrachtet? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Und das finde ich jetzt auch ein Problem dieser ersten Folge, beziehungsweise der ersten zwei Folgen. Also es wird schon Mysterium aufgebaut, wo man im besten Fall, wenn man irgendwie dann interessiert ist und hockt ist, denkt, okay, ich möchte herausfinden, was dahinter steckt. Aber ich weiß noch nicht, warum es diese Serie gibt, außer dass man natürlich sagt, okay, wir wollen die Marke Dune weiter... Melken. Halt aufrecht erhalten, genau, oder Melken, wenn man es ganz, ganz, ganz negativ sagen möchte. Und ja, das finde ich so schade, weil ich bin auch bei dir auch, ne, die Club-Szene ist ganz komisch, dann nehmen die auch, also dann schliefen die einfach ein Zeug durch die Nase, wo ich denke, das ist mir für einen Sci-Fi-Film viel zu irdisch. Also ich möchte, dass die was Eigenes machen. Ich möchte nicht so irgendwie zurück... Also diese Club-Szene, muss man auch sagen, ist so lahm inszeniert. Also so viele Filme haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten gezeigt, wie man richtig geile Club-Szenen filmt, wo man irgendwie zeigt, das ist was, das hat eine Stimmung hier, da ist Energie, da pulsiert. Und vor allem, das ist ja auch, es endet dann ja in so einem Sex-Club. Und ich habe da aber keine Erotik gespürt. Also... Nein. Weiß ich nicht. Und auch der Sound, also im Westen gibt es Neues, fand ich richtig gut, auch dieser dröhnende Soundtrack da. Aber hier, finde ich, ist das so business as usual. Business, also ja, ich wiederhole mich jetzt einfach nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist sehr so Arbeit nach Formel. Also das ist wirklich so, ja, dann macht man halt irgendwie noch so ein Streicherorchester und dann haut man noch irgendwie zweimal auf die Trommel und dann ist es halt so ein bisschen der epochale Soundtrack. Aber Stimmung habe ich hier leider überhaupt nicht gespürt, leider. Nee, das ist, also ich, es kann sich ja noch bessern. Also ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber du fragst dich, also ich habe mich jetzt wirklich nach den zwei Folgen gefragt, ja, das ist ja schön und es gibt auch mitunter schöne Bilder und das Schauspiel ist jetzt auch nicht total scheiße, aber ja, what's the point of it so ein bisschen? Also wo, wo führt das Ganze hin? Und ja, sie bauen ja früh so ein Mysterium auf. Da kommt für mich auch wieder so die, die Westworld-Handschrift durch, ne? Also dass man so in Richtung Mystery geht, ist ja auch vielleicht nicht ganz verkehrt bei den Band of Jesteret, weil die sind ja nun mal ziemlich, ja, also im ersten Dune oder generell in beiden Venet-Filmen, die werden ja wirklich nur so angedeutet, ne? Was die, was die im Sinn haben. Wobei ich das ja schon spannend finde, wie die wirklich so aus dem Schatten heraus eigentlich die großen Häuser lenken, ne? Und das baut sich hier ja auch dann so nach und nach auf. Das sind ja durchaus auch alles spannende Fragen, aber der Mehrwert hält sich bislang leider in Grenzen. Äh, ich werd's mir aber trotzdem, äh, schon angucken. Es sind ja, ja gut, sechs Folgen, aber die sind alle, glaub ich, ne Stunde. Also letzten Endes ein sechsstündiger Kinofilm, wenn man so will. Ähm, ja, ob sich das so auf Dauer halten wird. Ich hatte auch schon von, äh, Kollegen, die, äh, lustigerweise schon, äh, zwei Drittel der Folgen, also vier Episoden vorab bekamen, äh, die meinten, man soll die am besten bischen, die Serie. Und, äh, ja, die möglichkeit, wirst du wahrscheinlich erst haben, wenn, äh, alle Folgen draußen sind, ne? Und das wird, glaub ich, so kurz vor Weihnachten sein, schätze ich mal. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich find auch, es gibt so ein paar Szenen, was die, was die, was die Bene Gessert angeht. Also, es gibt eine Szene, wo der Imperator mit einem anderen Herzog, ähm, verhandelt. Und dann sind natürlich zwei von den Bene Gessert anwesend. Und während die beiden Männer verhandeln, reden aber auch, äh, ohne Worte die beiden Hexen miteinander. Und das war tatsächlich eine coole Szene, wo eigentlich klar ist, dass die beiden Hexen auf die Männer Einfluss nehmen und das genau so, äh, sozusagen strukturieren wollen, wie es dann geschieht. Und dann gibt es aber Szenen, wir, wir sehen ja die, 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 ja, was ist das denn? Die Schule der Bene Gessert. Und das hat, also, ich find jetzt nicht, dass es die Filme irgendwie abwertet, aber ich find, das raubt schon ein bisschen das Mysterium dieser, dieses, dieses Ordens, weil dann man einfach so drei, vier typische Mädels hat, die wie in so einer normalen Highschool miteinander reden, ein bisschen Fleck flaxen. Oder in der Uni oder so. So ein bisschen den Orden hinterfragen. Ja, genau, richtig. Und wo ich denke, das ist es. Also, ich hab irgendwie, ich dachte hier mir so ein, also, das ist schon irgendwie auch eine harte Schule, aber dann sitzen sie halt irgendwie in der Bibliothek und reden miteinander. Und ich dachte so, hm, ich hätte jetzt lieber, lieber gehabt, dass, dass die jetzt irgendwie völlig gebrochen werden und dann am Ende völlig dogmatisch irgendwie diesem Orden nachfolgen. Aber stattdessen werden die hinterfragen, die den. Und da denke ich so, also, wenn die Lehrerinnen das nicht hinkriegen, ihre Schülerinnen vernünftig zu, zu einzunorden, dann kann der auch irgendwie nicht so mächtig sein, der Orden. Ja, und dann fragt man sich auch, wie kann der nach 10.000 Jahren überhaupt noch existieren beziehungsweise noch so einflussreich sein? Weil da hast du das ja auch schon, also, da hast du ja auch eine Szene, wo, also, hier die ehrwürdige Mutter, also, hier die Charlotte Rampling, deren Gesicht man nie sieht und die trotzdem eine Präsenz hat in den Kinofilmen, die steht ja da auch an der Seite des Imperators und sagt dem dann ja auch, ja, ja, der und jenige, welche, der sagt die Wahrheit. Und hier merkt man ja auch, dass sie da auch wiederum Einfluss drauf nehmen, ne? Also, auch auf denjenigen, welchen, der dann fragt, spricht der, ne? Also, da klinken die sich ja auch schon mit ihren Fähigkeiten ein und auch unter anderem so was wie der Stimme. Das fand ich auch gar nicht schlecht. Auch diese Zeichensprache kommt zum Einsatz. Also, es ist schon ein Vorteil, beide Villeneuve-Filme gesehen zu haben. Und wenn man sich dann die Frage stellt, ja, ich würde ja gerne noch mehr über die Bene Gesserit wissen, dann macht man jetzt auch, glaube ich, nichts direkt falsch mit der Serie. Aber wenn man da jetzt dran geht von wegen, ja, hier, The Penguin, habe ich nichts von erwartet und hat für viele abgeliefert. Ich fand sie ja auch nicht schlecht. Du wolltest ja noch schauen, ne? Dann, ja, ein bisschen drosseln tatsächlich die Erwartungshaltung. Also, wenn man so was mag wie House of the Dragon und Game of Thrones, dann ist man hier jetzt nicht total falsch aufgehoben. Aber man muss sagen, so langsam aber sicher wird das auch in dieser Preisklasse oder, sag ich mal so, auch so was, was HBO angeht, kann das sein, dass so langsam so Renke und Intrigenspiel zusehends ein bisschen zur Masche auch wird bei diesen Stoffen? Ja, vor allem, das gibt's ja auch in anderen Serien, ne? Das ist ja nicht nur exklusiv bei Game of Thrones. Und so, und wenn muss es ja irgendwie krass und cool sein. Also, ich möchte dann ja wirklich denken so, oh nein, oh Gott, was? Also, ich möchte nämlich den Fuß unter den, nee, doch, den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen. Und das hatte ich hier halt nie. Also, das kann natürlich sein, dass das noch kommt. Aber ich möchte ja wirklich, dass Sachen aufgebaut werden. Und am Ende denke ich so, oh, oh, oh. Das ist aber ganz schön clever. Not bad, not bad. Und selbst wenn ich irgendwie denke, du bist ein richtig mieses Biest, Hut ab dafür. Also, das war ja dieses, was man bei Game of Thrones gedacht hatte, wo man denkt so, hola, das hast du aber gut eingefädelt. Und obwohl du das ekelhafteste Stück Scheiße bist und ich am liebsten denken würde, krepier sofort, aber ... Love to hate, ne? Genau, richtig. Und das sehe ich hier halt überhaupt noch nicht. Also, ich interessiere mich hier wirklich für keine Figur. Ich interessiere mich nicht für diese ... Also, das erweitert für mich auch nicht die Welt. Also, ich kann jetzt irgendwie arschig sein und sagen, Endor. Das Prequel zu einem Prequel, wo ... Also, niemand hat Rogue One nach Rogue One geschrien. Und es ist ein sehr guter Film draus geworden. Und noch weniger Leute haben nach Endor geschrien. Und dann kam diese Serie, die einfach noch mal dieses Universum noch mal eine ganz andere Ebene zeigt. Und sagt, okay, wirklich noch mal harte Realität zu zeigen, was macht dieses Imperium? Was macht ein faschistisches System mit den normalen Leuten? Und hier, also, ich hab bis jetzt noch nix gesehen, wo ich gedacht hab, das ist jetzt mal was ... Also, außer vielleicht die Figur, die Travis Fimmel spielt, weil wir da einfach noch gar nix wissen. Ja, da erwarte ich mir auch noch ein bisschen was tatsächlich. Und ... Also, es ist noch Luft nach oben. Insgesamt klingen wir jetzt, glaub ich, hier schon negativer, also zumindest ich, als ich sein möchte, weil ich würd jetzt auch nicht komplett abraten von der Serie. Ähm, aber ich glaube, außer auch im Hinblick, was so andere Pressestimmen jetzt schon geäußert haben, ich werd die, glaub ich, nicht anders als den Penguin, äh, wöchentlich gucken. Äh, ich werd die, glaub ich, irgendwann so straight weg bischen, weiß ich nicht, irgendwie zwei Folgen an drei Abenden und dann ist das auch gegessen. Äh, du bist ja eher noch so unschlüssig, äh, ob du da noch dranbleiben willst, meinest du, ne? Ja, also, ich muss schon sagen, also, ich ... Nee, ich bin eigentlich nicht unschlüssig. Also, ehrlich gesagt, hätten wir jetzt diese Besprechung nicht gehabt, ich hätte, glaub ich, nicht mal die zweite Folge zu Ende geguckt. Also, ich bin bei dir. Das ist alles wertig produziert, das ist alles, das ist alles so handwerklich, ist das völlig in Ordnung, aber ich find das so langweilig. Ich weiß auch, also, ich find's ganz absurd, wie wenig mich das alles interessiert. Das ist wirklich, also ... Und das ist dann auch irgendwie, was so einige Sachen angeht, ist das so offensichtlich, was dann noch mit denen passiert, oder es ist irgendwie nicht ... Ach, weiß ich, es interessiert mich wirklich gar nicht. Also, aber es ist, glaub ich, auch einfach irgendwie sehr subjektiv, weil ich bin bei dir, das ist in Ordnung produziert, die Effekte sind für so eine Serie auf einem guten Niveau, also, ich find, da gibt's auch Besseres, aber da gibt's viel, viel Schlechteres, das sieht alles gut aus. Das ist in Ordnung gespielt, das ist alles so, ja, ist halt okay, aber es huckt mich so gar nicht. Und das ist, ich find's auch irgendwie schwer in Worte zu fassen, weil mir fehlt auch so der Anknüpfungspunkt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich charismat, also, dass ich irgendwie sympathische Leute brauche, weil es muss man sagen, gibt's hier kaum. Das sind alles schon kalkulierende, fiese Leute. Sowas finde ich aber eigentlich gerne. Also, vielleicht hätte man mehr in diese Richtung gehen müssen, weil diese ... Ich versteh noch nicht, warum wir junge Bene Gesserit sehen. Ich brauch das nicht. Ich brauch nicht da irgendwie noch die hoffnungsvollen Mädchen zu sehen. Ich möchte nur diese, ich möchte nur so Charlotte-Randlings sehen, die untereinander die krassesten Sachen halt machen, um da alle zu manipulieren. Also, das möchte ich's dann sehen. Wenn, dann geht doch bitte voll ins Ganze. Statt so ein ... Weil, damit fängt die Serie an. Was die Figur von ... Also, was die Valaya am Anfang macht, das ist ein richtiger Ass-Move. Also, da ... Wo ich denke, das ist eigentlich geil. Aber die ganzen ... Also, in den nächsten zwei Folgen gab's so einen Move dann nicht mehr. Ja, und das ist aber dann leider auch im Rahmen dieses langgezogenen und echt nicht gut hergeleiteten Prologs einfach. Daran krankt das. Ich glaub, also, haben wir ja gerade schon. Ich hätte, glaub ich, sehr viel mehr noch von der jungen Valaya Harkonnen sehen wollen. Weil es gibt dann wirklich einen Timejump von vor 30 Jahren. Mal eben so. Und das am Anfang ist ... Die Figuren werden nicht gut eingeführt. Du kommst da schwer rein. Du musst da wirklich dir ... Also, das wird dir wirklich mit dem heißen Löffel wird dir das serviert und den Rachen runtergeschoben, die Exposition. Und, äh ... Ja, da könnten viele auch schon vielleicht von abgeschreckt sein. Äh ... Nichtsdestotrotz ... Äh, ich werd's mir, äh, trotzdem weiterhin, äh, antun, in Anführungsstrichen. Äh, ja, mal schauen, ob wir dazu dann vielleicht noch mal eine Abschlussbesprechung machen. Vielleicht dann ohne den Johannes. Das fänd ich ein bisschen schade, weil ... Da könnte man dann noch mal den Bogen schlagen. Aber, äh, freier Wille. Äh, ihr könnt es euch ansehen, ja, ab dem, äh, 17. November, äh, exklusiv auf Sky, beziehungsweise Wow, äh, wo das Ganze dann zu sehen sein wird. Äh, in sechs Folgen geht dann relativ schnell weg. Äh, aber, ja, wer, ähm, hochklassige Science-Fiction sich wünscht, der, äh, schaut sich vielleicht was anderes an, äh, bis das hier durch ist. Oder aber, äh, freut sich dann auf die zweite Staffel Endor, die wir ja dann noch mal erwähnen. Und, äh, ja, äh, Johannes, da haben wir ja noch was vor nächstes Jahr. Sagen wir's mal so. Auf jeden Fall. Und ich würd' sagen, guckt einfach noch mal die beiden Filme von Villeneuve. Damit habt ihr Spaß, glaub ich. Ja, das, das auf jeden Fall. Die, die kann man sich, äh, angucken. Und die, äh, ich glaub, die sind auch bei Sky. Jetzt mach ich hier schon Werbung. Äh, bevor das, äh, eskaliert, äh, ja, äh, gerne eine eigene Meinung bilden. Äh, schaut es euch ruhig an, wenn es euch interessiert. Äh, ich bin gespannt, ob wir hier noch was zu machen werden oder ob das vielleicht dann doch hinten runterfällt. Ihr dürft uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr das Ganze, äh, ja, dann, also zu dem Zeitpunkt dann schon gesehen habt, äh, wie es euch gefallen hat. Ob ihr überhaupt Interesse dran habt, lasst uns das gerne wissen. Ob nun auf, äh, tele-stammtisch.de, beim YouTube-Upload und, äh, bei Spotify kann man, glaub ich, auch Kommentare posten. Da würden wir uns sehr freuen, nebst einer positiven Bewertung. Und, äh, damit wäre ich hier durch. Äh, ich vergrabe mich jetzt, äh, wieder in den Wüstensand und ich hoffe, dass der Johannes mir folgt. Äh, ansonsten spätestens bei der zweiten Staffel Endor. Und, äh, damit bin ich raus und überlasse natürlich dem Johannes das letzte Wort. Ciao, ciao. Ich hätte jetzt, äh, gerne noch irgendwas super Cleveres gesagt oder eine Anspielung an die Serie, aber lassen wir es einfach dabei. Und, äh, ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.